Hallo Leute, das ist ein kurzes Infovideo, in dem ich mal kurz erklären möchte, warum jetzt letzte Woche kein Video kam. Das liegt einfach daran, dass ich sehr viel experimentiert habe mit neuen Programmen, denn ich habe neue Programme bekommen, unter anderem zum Beispiel ein Monitoraufnahmeprogramm, also im Prinzip sowas wie ein Screenshot, nur halt als Video, und ein Voice-Aufnahmeprogramm, also ich nehme das hier mit meinem neuen Programm auf und ich habe jetzt ein bisschen experimentiert. Ich hatte zum Beispiel versucht, eine Art Top 5 bzw. Top 10 zu machen und ich hatte sogar schon probiert, so ein Computer-Let's Play zu machen, also jetzt nicht Minecraft oder so, sondern was anderes. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr sowas wünscht, ob ihr euch irgendwas anderes noch von mir als Best-ofs wünscht und ja, das war es eigentlich denn schon. Dann bis zum nächsten Video und tschüss! Bis zum nächsten Video! Bis zum nächsten Video!